Willkommen zurück zu Lost Random oder Lost in Random zusammen mit mir ich bin der Danny spielt das zusammen spielen wir das hier auf dem PC und ja im letzten Video sind wir ja mit dem Schiff hier aus eines Fällen rausgefahren und sind jetzt hier an diesem Ort gelandet weil das Schiff auseinandergefallen ist und sollen jetzt hier als nächste Quest-Update diesen Ort erkunden und das werden wir jetzt natürlich tun zusammen mit euch und werden mal schauen was uns hier so erwartet auf jeden Fall scheint immer ein bisschen die Sonne zu scheinen wenn man hier mal so guckt das ist schon mal sehr vorteilhaft die gucken dass ich hier nichts liegen hier stehen irgendwelche Figuren herum die anscheinend noch nicht viel zu sagen haben ansonsten gibt es hier noch nicht viel zu entdecken da gibt es die zwei Ausgänge nehmen wir jetzt den oder den gucken wir erstmal hier was hier passiert ist auch nicht viel zu entdecken da ist irgendwas so war abgeschlossen jede Menge Würfel ich fürchte das wieder unser erster Kampf siege gegen den Turm aber wie ich hab doch gar keine Waffe ausweich ich bin nicht deinem Feind ich bin nur ich ich bin nicht So, jetzt darf ich den Würfel steuern. Ich soll runter zur Uwe der Even, um mir zu helfen. Na komm, also die Ladezeiten sind doch etwas lang, muss ich sagen. Sie sind etwas zu lang für meine Begriffe. Hey, um, I, are you, are you a, are you a, I'm 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 a Ach, die Zahl zu anderen. Errungenschaft freigeschaltet, du bist eine Rüffelspielerin. Und der war. Wohin? Da, ziehen wir mal drauf. Wieder Hüffelchen. Wunderschön. So einfach geht's. Hey! Die sind mir. Du nimmst nicht nur Dinge von den Leuten. Okay, du könntest sie behalten. Ich glaube. Nur... Digest sie. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Fragezeichen. So. Schauen wir uns hier mal um. Ich denke wir müssen hier hoch. Schon wieder was zu kämpfen. Hier geht das. Die Maschinen kommen. Die Maschinen kommen. Ja. Die Maschinen kommen. 2 Anlass. 2 2 Vers. Schöne! Dann. Game. Dann. 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 Wo kämpfe ich denn? Wo! Go! Go! Over there! Get him, Dicey! Come on, get on! Oh, it was clear that these were no ordinary cards. And Dicey was no ordinary dice. Something extraordinary was awakening. Okay. Super, 2 auf 1 streich. Wow, Dicey, maybe leave with that next time. Why did I get my sword back? That's not funny. Dicey, get him, Dicey, go! Over there! Over there! Over here, Dicey! Dicey, there! Let's go! Over here, Dicey! Dicey, there! Where is my sword? Get him, Dicey! Get him! Dicey! Dicey, there! Go! Dicey, there! Over here, Dicey! Dicey, there! 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 Dicey, da! Get him, Dicey! Even in Dicey, we're moving as one, an unstoppable fighting machine. Give him what for, Dicey! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Dicey, there! 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 Dicey! Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, dann gehen wir immer weiter. So, jetzt sollen wir in die Ruinen rein. Siegelt die Bauern. Ach nee, da muss man bestimmt immer kämpfen. Die Enten, die in dieser Zeit verletzten, haben sie einfach nur interessant gemacht. Und das war selten gut. Mit jeder Bewegung, die Frau und ihre Dice wurden mehr und mehr inseparablen. Oh! Oh! Oh, ich noch nicht. Oh! Oh! ich ja schnell schon wieder lebens elixir auf die stehe Warum geht das nicht? Sieht nicht besonders treffsicher, das ist schon mal gut. Sieht nicht so gut, das ist schon mal gut. Even in Dicey, we're moving as one. An unstoppable fighting machine. We'll be right back. With each movement, the girl and her dice became more and more inseparable. So, that's what we're doing. So, that's what we're doing. We'll talk more later, but for now, let's just focus on surviving, yeah? It's like something out of mom's drawings. Well, we come back alone, you guys! I'm... ...I'm a cat. I'm a cat. I'm a cat. I'm a cat. Gut, schön dich kennengelernt. Gut, schön dich kennengelernt, so gehen wir mal weiter. Ready, Dicey? I'm choosing to take that as a yes. Let's go. 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 Oh! 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 So. Das wäre auch erledigt. Wunderbar. Und während ich weiß, dass es immer sehr spätig ist, wenn, was du gedacht war, ist eine sehr kurze Geschichte. All I can do is apologize. Nice to meet you guys! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020